Am 27. September 1939 entsteht eine nationalsozialistische Superbehörde. Geheime Staatspolizei und Kriminalpolizei werden mit dem Sicherheitsdienst der SS im Reichssicherheitshauptamt zusammengelegt. Von hier aus steuern die nationalsozialistischen Machthaber fortan ihre Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in den besetzten Kriegsgebieten. Männer wie Heidrich, Eichmann und Kaltenbrunner koordinieren und organisieren über das Reichssicherheitshauptamt die Endlösung der Judenfrage, treiben Millionen ins KZ und in die Gaskammer. Ein weitverzweigtes Netz von Einsatzgruppen führt die Befehle aus Berlin in den besetzten Ländern aus. So zeichnet etwa für das Massaker an mehr als 30.000 Juden in der Schlucht von Babi Yar 1941 die Einsatzgruppe C verantwortlich. 15 Angehörige von Polizei, SS und SD, die an den Massenexekutionen von Babi Yar beteiligt waren, werden später von den Sowjets vor Gericht gestellt. Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Ernst Kaltenbrunner, muss sich vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verantworten.